Um was geht's eigentlich? Es geht um Mitspracherecht. Glaubst du, dass sich irgendetwas ändern wird? Dann geh zur Versammlung. Ich hab keine Einladung. Hey, wir sind mehr als ein Verein. Wir sind Leidenschaft, Treue, Familie und vor allem unabhängig. Das sind wir ein Sturm. Flagge zeigen, Mitglied werden. Das war ein Sturm.